Ja aber, keine Ahnung, aber wenn du mal guckst, jeder Streamer ist auf Twitch, Alter, quasi. Ninja, Tfue, Trimax, Montel, jeder Spasti. Wer Bloodhound, ich kann nicht sehen. SL-63, kleiner Name, ja. Ich geh mal kurz Trinken holen. So. Dum, 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 dum. Hehe. Wo geht's, der Hase? Ich hab Mosambik, beste Waffe. Ah, musst du dahin gehen, wo ich geh, Alter. Staubsauger. Ich glaub, da sind Leute. Ich glaub, du hast Blaues gesehen, irgendwas Blaues gesehen, Alter. Ah ne, das war ein Schild. Ich weiß keiner, glaub ich. Ist keiner, glaub ich. Dun, 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 hm, hm. He's the wingman. Ach, ich nehme die mal mit. Du hast Steps gehört. Oh, nein. Boah, hab ich das gepinkt, Alter. Ich war eh. Als ich gepinkt hab, dachte ich mir, fuck, warum hab ich gepinkt, hm. Ah, wir finden bestimmt schnell Neues. Ne. Natürlich nicht. Ich geh mal aufs Dach. Was? Hm. Oh, wie hat der uns gesehen? Oh mein Gott. Boah, da ist noch einer. Da ist noch ein Team. Komm ich schnell durch. Hast du irgendwas zum Healen? Na ja, Mann. Hier ist auch eine Spitfire. Keine Ahnung, Alter. Willst du die Wingman haben? Willst du die Wingman haben? Dann tausche ich die mit der Eva. Dann nimm die hier. Okay. Dann lass den Pisser mal retten. Boah, hat der mir nen Hatter gegeben, Alter. Wow. Oh nein. Der ist One-Shot. Fuck. Da sind... zwei Leute direkt gewesen. Was? Hä? Macht der? Hä? Da ist noch einer, ne? Da war... War der AFK oder warum was... Daeder, du musst du... Daeger, du musst. Du musst du dir das. Du musst. G том, das bei uns stecken. Und das ist nicht... Du musst. IND du musst ... Was? Fart und du musst. Hast du ihn gesehen? Links neben dir? Nein egal Zwei Krass Du musst anpusten Das sind aber echt Noobs die nix können ne? Irgendwie Die sind echt kacke alter Ah den hast du doch alter Mach dir weg Irre Einfach nur meine Spitze Wie Wo ist denn das Portal? Ach da Ja passt doch Da 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 Die Letzten waren echt Sport So Davor die weiß ich nicht aber Wo ist mein Dings? Mein Abz Ah hier das ist meins Boah das ist so geil ey So viel Auswahl Ähm Ich bräuchte was mit Rucksack alter Wir sind auch genau in der Zone Oh mein Gott Das ist geilste alter Also ja Also ja Ja ich hoffe soweit Haben wir doch Geht alter Da Ich hab äh Ich hab äh Ich hab äh Oh mein Gott Ich hab äh Ich hab äh Ich hab äh Genau hier Und da Rechts Genau Ich hab äh 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 Hast du gesehen ja ne Der wartet hier einfach hinterm Stein alter wie kann man so behindert sein Du hast ihn alter Du hast ihn alter Du hast ihn alter Ooooooh Fuck alter Es fuckt einfach ab Dass sie einfach auf dem Dach chillen alter Einfach auf einen warten so Weißt du was ich mein Ja Komm doch auf einmal so Ja echt alter Ach Richtige Pisse Man äh Fuck Ja so langsam Ich hab übelst geile Dings Äh Da war Hast diese Wingman gehabt die ich hatte alter Das war so blau vorne Aber Warum haben wir oder warum haben Tisch die denn Also Ah ok Na warte ich muss nochmal von Anfang an gucken so Hä Hä Ja Okay warte Dürfen 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 Das Auto da drückt die da auf. Ich hab noch nie so was cringies gesehen. Ich hab das gehört. Vielleicht landen wir hier. Vielleicht nicht. Ich bin gut mit dem was auch. Ich hab gerade vergessen. Ich hab noch nie so was. Ja, jetzt sprechen wir, wir machen das. Oh mein Gott. Scheiße. Danke für diese Wingman. Oh mein Gott, Patrick. Das ist ja mal sowas ein Abfall. Steven wird als Team kommen so direkt. Hurensohn. Das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Fick dich! Oh mein Gott. Oh, da kommt einer. Ah, ich fick mein Leben, Alter. Bitte. I fuck my life. Fuck my life. Das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Oh mein Gott, Alter, guck mal, na egal, ne, einfach so in der Mitte keiner da, so, geilste. Dann hat das was zu bedeuten, so, weißt du, da ein bisschen, da ein bisschen Gefahr, wenn so eine Schwaner richtig kommt. Hi Loot, man weiß es, ja man, ich weiß es, auf jeden Fall, dass ich ein goldenes, goldene, also Schild kriege, das weiß ich. Ja, ich wäre hier so viel, hier. Okay. Ah, fast goldenes Schild. Chill. Chill, chill. Danke, für diese geile Spitfire. Danke, für diesen geilen Schwanz. R301. Danke, wir sind R301. Warst du hier in dem Gebäude? Ja, ne. Jawohl, Junge. Das ist ja nicht ein Satz. Es ist ja nicht ein Satz. Bis ich da bin. Da ist noch einer Nein Er hat zwar hat sich dauernd, aber kam auf einmal der dritte von hinten und der hat meinen Arschloch gefickt Oh mein Gott, oh mein Gott Danke für diesen hässlichen Loot Wer lief nicht? Hm Sehr mysteriös Das ganze Hast du eigentlich irgendwas mit Wiedemann zu tun oder so? Ne ne? Ja? Laber doch nicht, als ob der da hingezogen ist Ich hatte so Köln im Kopf, aber nicht Leverkun Das wird ein guter Kampf sein Ah Mein Name ist Rafe und wir haben ein Job zu machen Krass Ja, so ein amerikanischer YouTuber So knapp 10 Millionen Follower Okay Ja, das ist halt so einer, der donatet jedem Spasti So bei Twitch So Übelst viel Geld Hat er so jedem Also Paar Leute rausgesucht Mit null Zuschauern Und hat jedem Und hat jedem einfach 10.000 Dollar donatet Alter Ja Aber natürlich kriegt er, dass er gesponsert Also das jetzt nicht Äh Ist jetzt Ja Ich hoffe nicht Ich habe, ich bin ja schon hier, keine Ahnung Ja Das weiß man Aber das Ding ist, du gehst meistens zu schnell vor und, ah ja hier Und dann Okay Ich bin down Gleich Wo ist der andere Hier Ich bin down Einfach Haywalk in Gold Beste Leben Ich hatte die ja, aber ich fand die nicht so gut Ehrlich nicht Äh Brauchst du Heal? Ne brauchst du nicht Ja Geht Ja Gehen wir mal richtig und da unten Danke für diesen dicken Jarrack. Danke. Oh, nee, nee, fährst doch noch. Oder? Nee, Mann, nicht, nee, nee, scheiß drauf. Oder? Nee, scheiß drauf. Staubsauer neben mir, Alter. Wo hätt ich mir doch genommen, Alter? Hm, 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 hm. Hemlock? Na ja, nee, ha? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Eine Minute. Ringe dabei. Waren hier keine? Als ob, alter. Ja. Was scheinst du? Brauchst du ein erweitertes Schweres Magazin? Ja komm zu mir. Ich bring das nicht an. Mann! 10 Sekunden. Der Ringe ist auf der Tür. Was denn? Achso. Ajo! Ich denke nicht. Mein Gott. Das ist immer so. Wenn man blau hat, kriegt man nur blaue Dinger. Wenn man die nieder hat, kommen echt nur... Ja, dann nehme ich die. Ich habe R99, alter. Diese Schrott. Wo ist die denn? Achso, bei dir. Ja. Ich dachte, die haben es zu plühen. Die. 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 Ich sehe was lilanes. Nein. Doch nicht. das weiß man und wenn du schrot finden hast schrot finden aussatz aber noch ja ich komme von rechts okay go be that Vielen Dank. Das läuft doch. Vielen Dank. Ich würde mal schnell umtauschen. Hier muss doch locker einer sein. Hier oben sind immer welche. Immer eigentlich so. Hier da die Ecke. Kommt irgendwo Lifeline? Ja. 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 Natürlich. Ja. Lass mal runter. Ja. 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 Seid down! Oh mein Gott! One shot! Ich raste. Ich nehme mein Fernseher alles auseinander gleich. Aber komplett. Komplett. Ja. Ja. Unser Teemate ist vor dem. Ja, hinter den Steinen. Ja, das wirkt natürlich. Ey, ich muss sowieso weiter nach vorne. Da vorne, du Wichser! Komm, geh mal zu deinem Freund, Bruder. Hast du den? Da, da, da rechts. Da sind zwei Leute. Geh doch mal zu deinem Kollegen, Alter. Ja! Der nimmt die auseinander, da ist noch einer da. Der will den hier bestimmt. Da links, 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 links. Ja. Daneben, da, da, ja. Ja. Ja, das ist der letzte. Den hast du doch im Sack. 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 M.C. McCase. Ah, ja. So, eins von zehn. Richtig. 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 Ruin am Morgen. Vertrebe Kummer und so. Hm. Ich spiele was anderes, glaube ich. Ich spiele was. 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 Das ist dein Champion. Ach. Angst. Death. Nichts fühlt mir aus. Oh ja. Schau dir. Hier. ja dann ist der plan zu groß wie ihr ganzer körper alter heute die filie einfach rausgehen schiff flair kennst du den simon bären ja ich kenn den ich kenne ich kenne den simon ja auch so von dings aber mit dem tischtennisverein damals bei mir und tim war der oh mein gott ich komme sofort das schwirrenzchen weiß man ja könnt ihr doch alleine händeln ja maljot sie braucht mich doch nicht oh ich komme jetzt da schießen noch welche schießen ich kann absolut nicht zuordnen ja die schießen welche aber ich kann ich kann es nicht zuordnen so jetzt ist das weg schon hier irgendwo auch da waren die okay ja Amen. Okay. Okay. Loud and clear. Okay. Help. Ja. Ja man. Machen wir schon. Ich komm. Du kannst dich eigentlich schon mal einmischen. Ich bin ja jetzt da. Schau nicht. Ich hab nur Wingman. Ab dafür. Ab dafür. Hin direkt zwei. Boah fuck ey. Diese Energiewaffen die machen so viel Damage alter. Kannst mich holen hier kurz. Oh mein Gott. Oder kannst du. Dann heal mich mal. Dann will ich das nicht. Will ich nicht. Weißt du. Verstanden. Ich hab jetzt für den Fall gemacht. Dass der dich irgendwie auch noch kriegt. Weißt du. Ach komm Alter. Schwierig. Ich hab jetzt. Ich hab jetzt alles unter Kontrollen. Ich hab ein Bamboo Load. Oh mein Gott. Ach scheiße. 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 Ähm. Lifeline. Danke dass du mal anpingst. Bah fuck. Huhnsohn. Echt ein Huhnsohn. Ja gut. Ähm. Ich muss mich kurz. Ich muss mich kurz heilen. Ich hab schon. Echt? Du willst du dû. Ich hab vom Video schon. Ich hab da gesagt es dir. Ich hab schon. Wie patient jetzt. Ich hab die Sachen MedicareInteITH New bagages nicht vergessen? Nein, das ist schlau. Kann man nicht widerstehen. Boah, das ist heftig. Ja, das ist schon krass, aber der einzige Nachteil ist, dass es nicht automatisch ist, man muss halt immer treffen. Na gut. Ich hab bamboozled. Da, schieß ihn ab. Hab den, warte. Scheiße. Ich hab den. Du musst den da oben. Da oben auf der Klippe. Ne, ich schieb mich selber. Oh mein Gott, wie schlecht. Ich hab nix mehr zum heilen. Scheiße, ich bin froh. Einfach nix mehr zum heilen. Ich hab den einen down gehabt. Aber ich hatte kein Medikett. Ich wurde echt bamboozled. Du hast bamboozled. Oh ja. Ja. Auch geile Hooks immer am Start, ja. Mann. Ich bin mal Bloodhound. Der Westerhound, der Buster. Der nimmt mal Lifeline, Alter. Hö, das ist voll. Hö, der Dirk. Oh, ich hab das riesige. Das ist extrem hochlevel. Nur kills. Mit Rass. Hast du gemacht zum Ende? Du hast bamboozle. man weiß es ich würde sagen hier ich glaube nicht wieso die phones da sind alter ich komme dann hier ich bin gefickt ich bin gefickt ja ich bin unten im sumpf gelandet ich würde richtig bambun so gut Mein Gott Mama sagt er immer noch zu sein Boah Wasp, 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 es ist der Daily Dropout, heute sind wir in Calvo, und wir sitzen auf Stranger's Beach Shows Oh, das ist ein Outro Oh Are you okay? Hello? Right there Right there I'm prepared, let's take this win Together, we will slaughter our enemies Okay What the hell is that you need? Focus, make you blow Focus Focus But Dug Sparrow is not your average competitor Real? He is somewhat of a little guy Introducing your champion I don't think you have any idea how fast I am How fast as fuck, boy How fast as fuck, boy I don't think you have any idea how fast I am How fast as fuck, boy Get in here, Olga I still don't understand how many people are faster than us It is even, buddy What if you said Come to the fire Wrestling Their first blood Music Die sind da reingegangen Vor dir? Ah ne das ist bei unserem Gegner Wenn wir den mal killen Den Yarak hier Achso, hä? Hä? Ja Achso Beide? Hat nicht so viel Wow Wo ist der hingegangen der Bauer alter? Hescht Bauer Ahja Ein anderer Unser Maid Ich komm Ich komm Ich komm Wo ist der denn? Wo ist der denn? Da ist noch einer LOL Wer hat den Lila da oben oder was? Hä? Hatte der Drohne am laufen Ich hab 20 Schuss und ohne Dings Also ohne Ersatzmolize So So mal nicht da hinten Reviven Warte Hier ist einer Hier ist einer LOL Ha Er ist weg Naja Hebaa Wie kam der denn? Wie kam der denn her? Der hat auch keine Munition alter ich Kack ab Wie kam der ich komme im ballon ich wollte halt hier gucken ob hier munition ist weißte ich würde auch leichte mitnehmen ich hab danke habe ich hab ich brauchst nicht wo fliegen also ich komme hier hin zum schiff komme ich das ist ein magazine munition für dich hier, ich bring dir ein paar krass fack mich jetzt ab drauf oder also sind die was der andere wo hat der keinen ruchse doch doch hatte das von mir das ist das ist das ist oh shiiiit ja, ich bin jetzt was ist das? da bei dem hat er einfach adhs der wurde angeschossen hier tot alle geier alter alle geier am start machen wir nach ja hä ist das zweites schiff kauf ich nicht jetzt was ist das ein schiff hä gibt es zwei hä das kauf ich jetzt nicht schiff typ das ist ein problem aber brauche ich nicht mehr danke doch ich bin mir trotzdem nur noch zwei zwei scots zwei zwei von zehn zehn ist zwei schiff schiff versorgungsschiff und da ist noch ein versorgungsschiff verstehe ich nicht schiff 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 eins kurz eins kurz schiff 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 Ich weiß nicht was ich sonst machen soll, ich hab kein anderes Spiel, so fuck ab Na gut Ja, ich glaub ich spiel jetzt trotzdem weiter halt, trotz Behinderung halt Wer ist der Flöte? Wer ist der Flöte? Achso, Flöte, was macht der denn alter warum kommt der nicht? Wer ist der Flöte? 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nice one. Ja, warum zeigt er überhaupt nicht? Fickt euch, lasst zocken. Wie ihr wollt, Alter. Oh, ja. Miss Musi, guys. Miss Musi. Miss Musi. Miss Musi. Miss Musi. Oh, last one. Miss Musi. 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 Patti, du willst auszocken, Reismann? Ja, Ehremann, Max Ehremann, Weismann. Ja, richtig. Dropbox. Oh, geht doch mit Handy. Dropbox, ja. Ehre, Ehre. So, jetzt habe ich Schmack bekommen, so drückt, Alter, wird richtig gezockt jetzt erst mal. Ja. Ja. Ja, komm. Oh, gut, schön, geht. Echt? Weismann. Oh Gott, ey. Was krass ist, ich habe circa drei Wochen lang nicht gezockt, so. Das heißt, ich werde locker bestimmt 99 oder so. Nein, nein, noch nicht, aber vielleicht gönne ich mir das. Bauch, sag zu Schwanz, ja. So, ich bin ein bisschen Spaß, also, heute ist die Erfahrung. Richtig. Oh, ja, ich erinnere mich. 3 ist ein scheiß Wäsche Ich kenne alle Straßen und sie alle in das gleiche Ort Ja warum nicht? Ja ja Oder die Blonde, die kleine Blonde, welche meinst du? Ich bin mein Meister von der Gelegenheit, hier This might be a good place to land, but what do I know? Oh hier, das ist ich! Wir sind fertig, oder was wir? As long as wir gewinnen Hey, dieser Kostik hat schon seine Huren so fallen aus Ich weiß Boah, wie hat der mich getroffen, Junge? Was hat der für ein Aim? Boah, das war krank Oh mein Gott, das war echt krank, ey Alter Oh mein Gott Oh mein Gott Die waren krass gerade, Alter Oh Und Wir werden locker Auf dem Dach Auf dem Dach Der kommt zu dir Unten rechts neben dir hinten Der ist direkt bei mir Der ist direkt bei mir Ah, der ist direkt bei mir Ah, der ist direkt bei mir Ich bin Das war sehr Ich bin Ich bin Ich bin Oh, hinter euch! Boah, geil! Na gut, könnte das vielleicht was werden? Hm, ich weiß es nicht. Die Stadion ist der Hauptmannschaft. Hast du die Fries-Schuße genommen? Ja, das war ja in der Grunde. Naja... Waren da nicht noch mehr Leute, Alter? Die waren doch gerade alle da. Ja, das war ja. Ja, das war ja. Ja, das war ja. Ja... Kannst du den einladen, wenn das meine ist, Party? Nee, hab ich da nicht. Wer heißt der? Ja? Okay. Tra-Kor-Bo-Wien-West-Maria-Heber. Kommt eine Wohnung, ohne da zu wohnen? Jawoll! Man weiß es, man kennt ihn. Wir sind heiß, Jungen. Oh! 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 Ah! Loot! Oh! Ich hab' einen hier. Kaum. Da. Der kommt mit Seil. Der kommt mit Seil von oben. Ich schick den hier von oben. Bleib da unten, ich bin oben. Reloading. Ich hab' Kaustik seine Mutter gefickt. Und Pathfinder ist da hinten. Ich hab' einen hier. Haha. Alright, Killed an enemy. Nice work. Hust? Ja, wir sind reviviert. Hä, wir sind noch nicht reviviert. Hä? Hä? Warum? Ich denke aber, ist eigentlich schon ein Freak Kill, Alter. Hast du die? Ja. Wo ist der Hurensohn jetzt? Boah, Junge. Boah, Junge. Der ist hier oben gewesen, oder? Es ist ein goldene Dings. Oh mein Gott, was? Tschüss. 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 Boah, ich konnte nicht mal bis eins zählen. Ich war down. Und... Ey, diese Energiewaffen, die sind so geisteskrank, Alter. Mann, 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 Mann. Mann, Mann, Mann. Dann schlammeln die mal vor, den Juten. Ich kaufe eine Wohnung, ohne da zu wohnen. Und ich trage die Haare in etwa so wie Ibra. Wen hast du vorgeschlagen? Hattest du wieder vorgeschlagen, dass du zu einer Party... Ja, aber wie kann ich das denn? Ah, da. Korboh. Legende. Spyro dings. Peste. Jawoll. Wer guckt meinen Stream? Der, der Stream guckt. Ich wünsche dir... Ne? Viel, viel Erfolg in deinem weiteren Leben. Hoffe, du wirst so... Ja. Und hoffe, du wirst so rich wie ich eines Tages, mein Freund. Ja. Gebt die Flöte. Jetzt sind wir auf der Professionalsjahrer. Und ja. Wie laden wir den Dings ein? Die Flöte. Wir müssen unseren Zuschauer natürlich entertainen, Mr Zuschauer, Mr X, ein Abo werden Boah, Alter, die gehen mir auch auf die Eier, ne, Meros Schulnoten, was juckt mich das, Alter, Rap Update Einer so, Deutsch 5, das weiß ich, weil meine 12-Jährige nicht in seine Klasse geht Ahaha, ey, Celta You know, I don't take myself too seriously, I don't take myself anywhere, really You're gonna have one I got the need for speed That volume, man This is your champion You make contact to get or finish the job Ich bin hier. Magie, Alter. Ich bin hier. Ich frage die Haare jetzt in etwa so wie Ibra, wahrscheinlich habe ich jetzt, ja, 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 mit, auf jeden Fall, mit, wie geht das denn, Alter, boah, Party, Alter, wo sind die Gegners, wo sind die Gegners, nur noch 100 Meter, hier war einer bei mir, ich weiß nicht, wo der ist, vor mir, hier sind einfach so viele Teams, Bruder, ich kann einfach nicht mehr, so viele Leute, hier ist einer, oh mein Gott, sogar Bambuzel, meine Freunde, weiß man, sind zwei, ne, was, nein, 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 Alter, ich habe meine zweite Waffe gezückt, schießt auf den drauf, der lädt nach, Alter, mal, oh mein Gott, you got Bambuzled, guck mal wieviel Dings der noch hat leben alter boah nein one shot beide waren one shot Kobo Ja, 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 Wien, West, mach ja, hilf, oh. Ja, ja, ja. Man muss klein anfangen, Junge, man muss klein anfangen. Hast du unsere Dreams eingeladen? Okay. Mann, Marc. Ja, gut. You got bamboozled. Das weiß man. Ah, hab gefuckt. Best Indian Commentator ever. Will ich mal sehen. Ha, 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 ha. ein bei 1 von der Team, 2 von der Team und 2 von der Team geht. Mit dem zu sagen, möchte ich diesen Zeit empfehlen, um euch alle den Nutcracker-Movie zu sehen. Na gut! Hallo, hallo! Oh, Nix, also Wind-Swing geht gar nichts. Ja, ich gehe hier, dann gehst du da hin, ich hoffe unser Team kommt auch oben mit, äh, unser Typ. Boah, da sind aber schon einige da am Fliegen dahin, ne? Du hast Bambuzelt. Hast du ein blaues Kind? Hä? Warum? Kid. Spitty, Verben, Jagam und Jensen. Alter! Der Bastard. Boah, Junge, du Hurensohn! Verpiss dich! Der hat die... Was für Hurensohn, Alter! Ja, ich glaube da hinten, also... Ich glaube, ja... Ich glaube, ja... Ich werde hier etwas Lüten machen. Peacekeeper, hier. Oh, ich komme. Achtung! Es gibt ein neues Kulleder. Aufmerksamkeit für den neuen Kulleder, Freund. Ja, die Hurensohn, kennt man. 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 Thank you. Kullochis ready. Also, äh... Ich gehe direkt da hin, Alter. Und lass mich killen. Die Hurensohn! Bei mir war keiner. Ich habe einfach keinen Rucksack. Ey, das ist echt... Schon... ...unrealistisch. Ich höre Schritte vor der Tür. Oh nein, äh... Oh nein, äh... Man kennt ihn! Beißmann! Einzig Ware! Ja, das weiß man! Ja, das weiß man! Weil du so eine Muschi bist. Achja, ich hab mich letztens noch an diese Dings erinnert, wo wir zu Fuß von GV nach Kapelle gegangen sind, mit Marc und so, das war so eine Legende, wo wir immer, wie heißt dieses Lied, von Kollegah, so ein Lied, vom Dealer zum Stargörter. Einmal so den ganzen Weg vom... Einmal so zu Fuß, so... Das ist aber das kurste, kurste Random Video, was ich gesehen habe. Das war auch so... Oh mein Gott ey... Du musst es von Anfang bis Ende angucken, so dann... Das ist Pflicht. Jawoll, man weiß es! Von wem? Fortnite? Achso... Na gut... Wo Patrick immer... War auch Legende, wo wir immer saufen waren und Patrick immer seine Klopapierer mit haben musste, Alter. Ich bin immer im Rucksack, Alter. Ja, ich komm jetzt. Wo ist der? W-Hocke? W-Hocke! 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 B-Bamboozled! B-Bas! Ah, da... ich geh dahin. Das war's. da kommt einer von mir ist einer deine dumme Hurensohn Mutter alter ich habe mich extra Töten lassen ja war extra doch wir sind schon mach dich bereit vom Dealer zum Twitch Star Junge bald Junge ich bin live auf YouTube mit null Zuschauern damit du Bescheid weißt bald wird es soweit ich habe auch Twitch gemacht der guckt auch kein Schwanz alter hat hat ja 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 ja